Mit dem Crystal Meso werden Wirkstoffe mithilfe einer Multinadel direkt unter die Haut eingeschleust. Dort können sie gezielt wirken und ermöglichen unter anderem die Regeneration geschädigter Zellen. Das Ergebnis ist ein glänzendes, straffes und strahlendes Hautbild. Dank der unterschiedlich großen Halterungen können Spritzen mit verschiedenen Größen problemlos verwendet werden. Der Crystal Meso bietet ein großes Anwendungsgebiet. Das Gerät kann für das Gesicht als auch für den Körper verwendet werden. Dank den hohen Sicherheitsmaßnahmen sowie der automatischen Saugkraftfunktion kann eine sichere, sorgenfreie und schmerzarme Behandlung garantiert werden. Die Multinadel gibt es in verschiedenen Nadellängen, wodurch ein gezieltes, auf den Kunden abgestimmtes Verfahren ermöglicht wird. Der Crystal Meso ist die handliche und kompakte Lösung für eine makellose Haut.